So, heute im Test haben wir drei Haferdrinks, beziehungsweise nur zwei, weil den habe ich schon mal getestet, den Hafer Natural Oat von Natumi, der hat von dem Inhalt her 15% Vollkornhafer, lässt sich ganz schlecht schäumen. Dann haben wir hier nochmal von Bio Company Haferdrink, hat 11% Vollkornanteil und etwas Neues, Alus Haferdrink und das hat sogar 16% Haferanteil. Vielen Dank. Top-Ergebnis. Der nächste Haferdrink-Company. Auch Top-Ergebnis.